Wir haben ein Ensemble mit Theresa Fetscher, Leonie Hauker und Jonathan Hönig, die sich der modernen Musik verschrieben haben, Klavier, Schlagzeug, Saxophon, etwas Außergewöhnliches. Sie waren Teilnehmer beim diesjährigen Bundeswettbewerb Jugendmusiziert. Eine sehr, sehr, sehr tolle Leistung mit einem außergewöhnlichen Programm. Sie beginnen mit einem Stück von Helmut Lachenmann, den sogenannten Sakura-Variationen. Ich wünsche Ihnen viel Freude an dieser Musik und lassen Sie sich überraschen, was für besondere Klänge dort aus den Instrumenten hervorgezaubert werden kann. Vielen Dank. Applaus 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 Amen. 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 Amen.